So meine lieben Autoverrückten, wir, ich, haben uns mal dazu entschlossen, nicht rückwärts zu fahren, weil einer lang fährt, das Auto von außen mal etwas gesäubert, weil morgen haben wir ja das Fiesta ST treffen, wo wir natürlich hinfahren, warum auch nicht, und ich fahre jetzt schnell heim und dann stellen wir das Teil hier in die Tiefgarage, machen von innen nochmal schön sauber, weil das sieht aus wie die Sau, vielleicht schon aus, nochmal ein paar Stellen nachwischen und Sachen packen und dann auf morgen freuen, denn das wird ein langes Wochenende auf der Nordschleife, Samstag das Fiesta ST treffen, das ist zwar auch Sonntag, aber Sonntag sind wir bei Grip Cars & Coffee, das ist mir dann doch, äh, nicht wichtiger, aber interessanter oder, äh, ja, wurscht. Auf jeden Fall, zwei Tage nur um Autos dreht es sich da, für mich super, für meinen, äh, Mitbringsel wollte ich gerade sagen, für meine Freundin vielleicht nicht unbedingt das spannendste Wochenende, aber ist mir egal, heute, morgen und übermorgen, und von daher wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Schauen, ich lasse mich überraschen, was alles so, äh, zu sehen ist, vor allem wie das Wetter ist, das soll ja zumindest trocken sein und ein bisschen sonnig, das langt mir vollkommen, solange es nicht regnet, und von daher, hau rein, wir sehen uns, bis denn jetzt. Tschö, tschö. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020